Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 31. Mai. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder zehn Technik-Themen für euch vorbereitet. Das geht um AllCharge, Wi-Fi 4U, Intel, Essential Phone, Smart Home, Samsung, WWDC 2.17, Dell und NVIDIA Max-Q. Wir starten bei Continental AllCharge. Das ist eine neue Technologie, die es ermöglichen soll, quasi alle Ladestecker von Elektroautos auch für alle Autos zu verwenden. Man kennt das Problem ja vielleicht. Im Endeffekt haben sehr viele unterschiedliche Autohersteller auch ganz unterschiedliche Elektro-Stecker quasi für ihre Autos. Dementsprechend so die tatsächlich All-in-One-Ladesäule gibt es so de facto nicht. Jetzt soll das das erste Mal kommen. Continental steckt dahinter. Ja, spannende Technologie, die das Ganze wesentlich weiterbringen könnte. Generell ist es auch ein relativ starker Anschluss. Der soll es zum Beispiel ermöglichen, bei einer Leistung von 350 Kilowattstunden eine Minute laden, 30 Kilometer Reichweite hinzuzufügen. Klingt natürlich sehr, sehr spannend und könnte das Reichweitenproblem von Elektroautos vielleicht ein bisschen lösen. Auch ein Problem, das gelöst werden soll, und zwar von der EU, die Versorgung durch Internet. Und das möchte man durch WLAN lösen. Ein neues Projekt, Wifi4EU, soll an bis zu 8000 Orten quasi jetzt eben WLAN finanzieren. Störbehaftung müsste und wird dafür auf jeden Fall mal quasi mehr oder minder fallen müssen. Im Endeffekt, lokale Anbieter quasi können jetzt eine Förderung beantragen. Die wird dann an lokale Behörden weitergegeben. Diese wiederum sichert sich die Finanzierung mit der EU. Im Endeffekt sollen 100% der Anfangskosten durch die EU übernommen werden. Wir kommen zu Intel und kommen damit auch zu den Ankündigungen der Computex, die hier gerade läuft. Intel, der Prozessorhersteller, hat heute einen neuen Prozessor vorgestellt. Und zwar einen ganz spannenden und auch besonders leistungsfähigen, den Intel Core i9. Man macht damit quasi die vierte Nummer bei den i-Prozessoren auf. Dieser neue, extrem starke Rechner verfügt über 18 Kerne. Preis eigentlich relativ überraschend, sage ich jetzt mal. Der geht dann schon in den ersten 10-Kern-Varianten, allerdings die 18 Kerner kommen erst. Aber die 10-Kern-Variante geht immerhin bei 1700 Euro los. Wir bleiben bei Intel und dort hatten wir im Gegensatz schon die Vorstellung der Compute-Card. Das ist im Endeffekt nur eine kleine Karte, auf der ein kompletter Rechner quasi realisiert werden soll. Dem ist jetzt auch so, diese Cards wurden heute vorgestellt. Es gibt auch schon die ersten beiden Hersteller, die an Bord sind, nämlich LG als einer. Die wollen ein komplettes System bauen auf diesen Rechnern und auf der anderen Seite auch Dell. Wir kommen zu Android-Phones und kommen da zu dem Gerät von Andy Rubin. Im Endeffekt ist das so quasi ein bisschen der Urvater von Android, der Google den Rücken zugekehrt hat und der auszog, ein eigenes Handy zu bauen. Das wurde jetzt vorgestellt, das Essential Phone. Im Endeffekt bekommen wir, ja, relativ gebräuchliche Hardware, würde ich jetzt mal fast sagen. Ein Qualcomm Snapdragon 835, das ist auch der, der im Galaxy S8 drinnen ist. 4 GB RAM, 128 GB Speicher auf 5,71 Zoll mit einem Bildformat von 19 zu 10. Das ganze Display, also das ganze Gerät ist quasi rahmenlos, das heißt die Vorderfront ist nur Display, mehr oder minder. Abgesehen von einer etwas komischen Aussparung am oberen Ende, wo offensichtlich die Frontkamera verbaut ist. Ja, technischen Daten, wie gesagt, eigentlich relativ unspektakulär. Betriebssystem ist Android, oh Wunder, es ist kein eigenes System. Preislich soll es losgehen bei 700 US-Dollar, die Vorbestellung ist in den USA ab sofort möglich. Wir bleiben bei Essential und da kommen wir jetzt doch zu einem eigenen Betriebssystem. Essential hat auch heute den Essential Home vorgestellt. Im Endeffekt auch so eine kleine Sprachassistentenbox mit einem kleinen Display, sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Und das Ganze soll aber mit einem eigenen Betriebssystem daherkommen, das nennt sich Ambient OS. Im Endeffekt sieht das Ganze so ein bisschen von der Bedienung aus wie eine Apple Watch, würde ich fast sagen. Das sind auch so ganze Runde-Icons angebracht. Spannende Idee, im Bereich der Sprachassistenten gibt es ja noch ein bisschen Raum. Müssen wir mal sehen, ob sich da vielleicht Essential durchsetzen kann. Das Projekt klingt zumindest für mich wesentlich spannender als das Phone. Wir kommen zu Samsung, bleiben also ein bisschen bei Phones, wobei nein, eigentlich geht es um die Gear VR. Da gibt man sich Mühe, exklusive Inhalte für die Gear VR anzubieten. Jetzt kommt VR-Events, das heißt, es werden quasi Live-Events aus VR-Perspektive quasi mitten aus dem Geschehen gestreamt. Drei Partner hat man da jetzt gefunden. Zum einen wird es die UFC sein. Da gibt es Anfang Juni dann die erste Übertragung aus Rio de Janeiro. Zum anderen die X-Games aus Minneapolis Mitte Juli. Und Ende August möchte man dann auch Live-Konzerte von amerikanischen Veranstaltungsprogrammen. Die beste Nachricht für alle Gear VR-Besitzer ist das Ganze kostenlos. Wir kommen ganz kurz zu Apple und da steht nächste Woche ja die WWDC ins Haus. Und anlässlich der WWDC, wahrscheinlich, ist zumindest ein guter Anhaltspunkt für Gerüchte, möchte ich jetzt mal sagen, Die Lieferzeiten für MacBook Pros 15 haben sich aktuell drastisch erhöht. Könnte also sein, dass nächste Woche neue Hardware für die neuen 15 Zöller MacBook Pros kommt. Die wurden ja eigentlich erst im Dezember geupdatet. Die Rechnung könnte mal vor allem dahin gehen, dass zum Beispiel mehr RAM unterstützt werden. Da gab es ja immer die Kritik, dass nur 16 GB maximal möglich sind. Oder aber vielleicht auch bessere Grafikkarten reinkommen könnten. Denn was dann tatsächlich passiert, wir werden es nächste Woche wissen und sicherlich auch viel zur WWDC berichten. Wir bleiben oder kommen zurück quasi zur Computex. Dort geht es ein bisschen um Gaming. Da habe ich ja noch zwei News für euch. Zum einen, Dell stellt neue All-in-One-Rechner vor, die vor allem auf Gaming ausgerichtet sein sollen. Jetzt nichts großartig Überraschendes, wobei die sehen auch nicht so schlecht aus. Die sind zum Beispiel auch bei Touch bedienbar. Erinnern so ein bisschen an das Surface Studio. Was allerdings die große Überraschung darin ist, A, einerseits preislich sind die recht interessant. Was vor allem aber B, daran liegt, dass man auf AMD-Hardware völlig setzt. Nämlich zum einen auf die Ryzen-Prozessoren, zum anderen auf die Grafikkarten der Polaris RX 500 Serie. Gerade Ryzen stand ja durchaus in der Kritik, Gaming-mäßig nicht die allerbeste Performance zu liefern. Dell macht es jetzt vor, man hat da viel hinterher gepatcht. Durchaus interessante Systeme und vor allem mal eben sehr interessant, weil es ein Hersteller ist, der nichts auf die Intel-NVIDIA-Kombination setzt, die es sonst so gibt. Wir bleiben wie gesagt im Bereich der Gaming, wir bleiben auch im Bereich der Computex. NVIDIA hat einen Livestream veranstaltet und hat dort quasi eine neue Technologie präsentiert, die nennt sich Max-Q. Die soll auf besonders engen Raum besonders energieeffiziente Rechner ermöglichen. Im Endeffekt soll es damit möglich sein, sehr dünne Geräte anzubieten. Die sollen bis zu dreimal flacher und dreimal schneller als vergleichbare Geräte sein. Und dabei wird zum Beispiel eben Hochleistungs-Grafikkarten wie eine GTX 1080 unterstützen. Das Gerät, das man da gezeigt hat, so eine Art Referenzdesign, ist nur 1,8 cm hoch, also schon äußerst beeindruckend. Gerade für mich ist Game-Man sehr interessant. Für alle die, die jetzt schon eine Pascal-Grafikkarte eingebaut haben, dort wird es per Update jetzt den Whisper-Mode geben. Im Endeffekt rechnet das, also schaut sich die Grafikkarte dann quasi die Bildrate des Spiels an, das ihr gerade nutzt, und möchtet die Kühlung im Notebook optimieren. Dementsprechend weniger Energieverbrauch, aber auch weniger Lautstärke. Etwas, was auch zu begrüßen ist meiner Meinung nach. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao! Hört mehr Geek Talk!